Sei richtig der Jung, der Schabbacher Jung, mit deiner ganzen Träumerei und der Schwärmerei. Okay, Ton ab. Wie soll man nie aus diesen vielen Puzzlestückchen einen Film zusammensetzen? Wie soll aus dem Dickicht von zahllosen Einzelheiten, aus der Unübersichtlichkeit der täglichen Kleinsiege und kleinen Niederlagen eines Tages eine Geschichte entstehen? Jeden Tag müssen Szenen, die schon einmal in der Fantasiegestalt angenommen hatten, in kleine und kleinste Stücke zerlegt werden. Die Stunden sind gezählt, das Team ist teuer und abends ist alles vorbei, gnadenlos und für immer vorbei. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vor dem Einschlafen von meinen nicht realisierten Ideen Abschied nehmen muss. Mach mal den Optikwechsel. Ja, Optikwechsel, ausschalten. Mein Aberglaube verbietet mir, die Tagebuchnotiz mit Angstgedanken zu enden. Deswegen noch eine Kurznotiz zur Situation. Da braucht man viel Geduld für sowas. Was in so einem Kopf vor sich geht. Aber echt? Der schaut genauso, der denkt genau das, was wir auch denken. Die enfants von euch ist möglich. Der dringende